Der gute Cengiz von den YouTube-Kollegen von ApeCrime, der ist großer Nintendo-Fan und hatte folgende Frage. Danke für die Antwort. Ciao! Wann kommt denn das neue Smash Bros. für die Wii U? Ah, Smash Bros. Da haben wir hier noch nicht so viel gehört. Ich weiß, dass es nächstes Jahr erscheinen wird. Ganz cool ist, dass neue Charaktere mit dabei sind, zum Beispiel eine Figur aus Animal Crossing, außerdem die Trainerin von Wii Fit. Und ja, da ich noch nicht so viele Informationen habe, ich aber natürlich die Kollegen von Vorzocker mal auf dem Laufenden halten werde. Bin ich mir sicher, wenn du da mal wieder reinschaust, dann weißt du genau, wann du esse. Also Smash Bros. erwarten darfst. Danke! Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt über Pikmin 3, dann lege ich euch den Live-Zock ans Herz. Da haben wir das Ganze nämlich auf Herz und Nieren intensivst gezockt. Und wenn ihr noch mehr von YouTube-Kollegen wissen wollt, dann schaut doch einfach mal hier. SpaceFrog Steve, der hatte nämlich eine Frage zu Splinter Cell und eine Antwort hat er auch bekommen.